Was ist eine virale Pharyngitis? Virale Pharyngitis bezieht sich typischerweise auf Halsschmerzen. Es kann Entzündungen zwischen Mandeln und Kehlkopf hervorrufen und wird durch eine Virusinfektion verursacht. In den meisten Fällen verursacht es nur Halsbeschwerden, aber gelegentlich können auch andere Symptome vorhanden sein. Virale Pharyngitis kann auch die Lunge und den Darm betreffen und Gelenk- oder Muskelschmerzen verursachen. Manchmal sind geschwollene Lymphknoten auch im Halsbereich vorhanden. Um eine virale Pharyngitis zu diagnostizieren, muss ein Arzt den Hals untersuchen und einen Halsstupftest durchführen. Dies geschieht hauptsächlich, um eine bakterielle Infektion auszuschließen, die auch Halsschmerzen verursachen kann. Eine Abstrichkultur kann unter einem Mikroskop betrachtet werden, um den beleidigenden Organismus zu finden. Wenn eine virale Pharyngitis vorliegt, werden häufig entzündungshemmende Medikamente verschrieben. Antibiotika heilen diese Art von Infektion nicht und diese Medikamente können die Pharyngitis-Symptome verschlimmern. Viren, die Halsschmerzen verursachen, können über die Nasenwege in den Körper gelangen. Sie können auch die Nasenschleimhaut reizen und den Schleim erhöhen. Dies führt zu einer verstopften Nase und schmalen Nasengängen. Der Schleim selbst verursacht keine Halsschmerzen. Nervinenden im Hals werden aktiviert und dies verursacht den Schmerz. Es ist kein Heilmittel gegen virale Pharyngitis bekannt. Anästhetisches Mundwasser und Aspirin werden üblicherweise verwendet, um schmerzhafte Systeme zu lindern. Durch Spülen des Rachens mit Salzwasser oder einem Antiseptikum kann die Virusinfektion behandelt werden. Kinder, die an einer durch die Grippe verursachten Pharyngitis leiden, sollten kein Aspirin einnehmen, da dies das Reihel-Syndrom verursachen kann. Es gibt viele Viren, die eine virale Pharyngitis verursachen können. Mononukleosa ist eine Virusinfektion, die Halsschmerzen verursacht. Es kann auch Fieber, geschwollene Lymphknoten und Müdigkeit verursachen. Wenn es in den Teenagerjahren auftritt, kann es sich zu einer infektiösen Mononukleose entwickeln. Da es keine bekannte Heilung gibt, kann die Infektion bis zu zwei Monate lang schmerzhafte Symptome verursachen. Menschen, die an einem humanen Immunschwäche-Virus oder einer humanen Immunschwäche-Virus-Krankheit leiden, können leicht eine virale Pharyngitis entwickeln. Der Zustand ahmt die Mononukleose nach und betrifft typischerweise Menschen, bei denen die Krankheit neu diagnostiziert wurde. Tatsächlich kann eine Halsentzündung über einen längeren Zeitraum auf eine Infektion mit dem humanen Immun-Defizien-Virus hinweisen. Kinder neigen eher zur Pharyngitis, da sie leicht von anderen Kindern infiziert werden können. Es betrifft auch so viele Männer wie Frauen. Virusinfektionen der Atemwege sind häufig für eine virale Pharyngitis verantwortlich.